In Bagdad lebte einst ein Mann, der hatte durch einen Unfall all sein Hab und Gut verloren. Jetzt war er so arm, dass er kaum genug zu essen hatte. Er lebte in einer armseligen Hütte und das Einzige, was er noch besaß, war sein Pistazienbaum hinter dem Haus. Eines Abends legte er sich wieder einmal hungrig ins Bett. Und da träumte er, dass eine Stimme sagte, Geh nach Kairo, dort findest du dein Glück. Am nächsten Tag schnürte der Mann sein Bündel und machte sich auf den langen Weg nach Kairo. Als er endlich dort ankam, wurde gerade zum Abendgebet gerufen. Er begab sich in eine Moschee und betete. Weil er jedoch so müde war von der langen Reise, stief er beim Beten ein. Die Nacht kam und der Mann schlief tief und fest. Räuber drangen in die Moschee, wollten ein Loch ins Nachbarhaus bohren, um ihre Beute zu machen. Die Leute des Nachbarhauses hörten jedoch das Bohren und schlugen Alarm. Sofort kamen die Wächter des Kalifen. Doch als sie ankamen, waren die Räuber schon über alle Berge geflohen. Sie fanden nur noch diesen schlafenden Mann am Boden. Also packten sie ihn, legten ihn in Ketten und brachten ihn vor den Kalif. Der Kalif fragte den Mann. Wer bist du? Woher kommst du? Was willst du hier? Bist du der Kopf dieser Räuberbande? Nein, nein. Ich bin nur ein einfacher Mann aus Bagdad. Und mir träumte, dass ich nach Kairo kommen solle. Dort fände ich mein Glück. Aber was finde ich hier? Nichts als Prügel. Da lachte der Kalif, dass ihm die Goldzähne blitzten, und sagte. Wegen eines simplen Traumes bist du den langen Weg von Bagdad nach Kairo gekommen? Weißt du denn nicht, dass Träume Lug und Rug sind? Träume sind Schäume. Das weiß doch jedes Kind. Schau, auch ich habe geträumt heute Nacht, dass ich nach Bagdad gehen und dort bei einer armseligen Hütte beim Pistazienbaum graben soll. Dann fände ich einen Schatz. Aber ich bin noch nicht dumm und gehe wegen eines Traumes nach Bagdad. Er gab dem Mann ein paar Münzen und schickte ihn nach Bagdad zurück. Nach Wochen kam der Mann in seiner Heimatstadt an, ging zu seiner Hütte, ließ sich einen Spaten beim Nachbarn aus und fing an, bei den Wurzeln seines Pistazienbaums zu graben. Er fand eine Kiste, fand Gold und Silber darin und ward reicher denn je. Hallo und herzlich willkommen zurück in der vierten Staffel schon von meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Schön, dass du immer noch dabei bist und auch schön, wieder hier zu sein. Für die erste Folge dieser Staffel habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Eins, was wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst. Träume. In alten Kulturen hat man ja oft gedacht, dass Träume die Zukunft vorhersagen und dass sie Glück oder Unglück bringen können. Und irgendwann viel, viel später im letzten Jahrhundert gab es auch in Deutschland die ersten klugen Köpfe, die sich mit dem Thema Traum aus wissenschaftlicher und psychologischer Sicht beschäftigt haben. Einer der ersten war der gute alte Sigmund Freud. Der stellte eine neuartige Traumtheorie vor, in der er davon ausging, dass wir gar nicht einfach nur so träumen, sondern dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen unseren Träumen und unserer persönlichen Lebensgeschichte. Freud war ja sozusagen der Vater des Unterbewusstseins und naja, das Unterbewusstsein kennst du inzwischen schon ganz gut und das ist auch der Grund für die heutige Folge. So wie das Unterbewusstsein über deinen Körper versucht, sich manchmal auszudrücken, das kennst du aus Folge 10, Staffel 3, so versucht es auch, über Träume Kontakt zu dir zu bekommen und dir mitzuteilen, was du vielleicht noch gar nicht realisiert hast und von dem es aber denkt, dass es ganz, ganz wichtig sein könnte für dich, zu erkennen oder zu tun. Freud hatte ziemlich schnell erkannt, dass manche Wurzeln von Problemen oder Ängsten oder auch Hoffnungen in Träumen viel, viel deutlicher und stärker zum Ausdruck kommen als im Wachleben. Und genau deswegen hielt der Traumanalysen für den besten Zugang, um erkennen zu können, was vielleicht verdrängt war im Unterbewussten und wie er vielleicht seine Patienten individueller und auch besser damit behandeln könnte. Neben und vor allem Nachfreud gab es natürlich noch viele andere Psychoanalytiker, die begannen, sich mit der Traumdeutung zu beschäftigen. Einer, der hierzulande relativ bekannt ist, war Kar Gustav Jung. Und dieser verstand den Traum als unmittelbar deutlich werdende Darstellung der inneren Wirklichkeit des Träumenden. Das heißt, er ging davon aus, dass das, wie wir die Welten wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen, die Dinge, vor denen wir Angst haben oder die wir uns wünschen, dass die alle von unserem Unterbewusstsein in Träumen dargestellt werden, damit wir sie erkennen und gegebenenfalls auch lösen können. Beide, Jung und Freud, hielten die Träume für ein Königsweg zum Unterbewusstsein. Na ja, nach diesen beiden haben sich noch mehr und mehr und mehr Leute mit dem Thema Traum und Traumdeutung beschäftigt und selbst in der klientenzentrierten Psychotherapie, über die ich in Folge 9 der letzten Staffel, also Staffel 3 gesprochen habe, bedient man sich ganz häufig der Traumdeutung. Wikipedia sagt, in der klientenzentrierten Psychotherapie orientiert man sich im manifesten Trauminhalt. Bei der Interpretation werden Traumstimmung, Wahrnehmung und Handlung aufgegriffen und als Möglichkeit zur Selbstaktualisierung eingesetzt. Als Selbstaktualisierung wird die innere Kraft zum Wachstum und zur Selbstverwirklichung verstanden. Und genau deswegen widmen wir uns heute der Traumdeutung. Diese Folge soll dir helfen, in Zukunft deine eigenen Träume zur Selbstaktualisierung deiner Wünsche, deiner Bedürfnisse und dem, was dir jetzt am besten tun wird, zu helfen. Du hast so viel jetzt schon über dein Unterbewusstsein erfahren, wie es funktioniert, wie du damit arbeiten kannst, was es mag, was es nicht mag, manchmal sogar ein bisschen, wie du es austricksen kannst. Aber wir haben bisher noch nie darüber gesprochen, wie dein Unterbewusstsein dir all die Informationen, die es hat, manchmal auch schon ausgewertet und mit den richtigen Lösungsansätzen präsentieren kann. Unsere Träume wirken ja ziemlich oft ziemlich durcheinander und nichtssagend und surreal. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll ich aus diesem ganzen Quatsch, den ich immer zusammenträume, irgendwas rausziehen für meinen Lebensalltag und für mein Vorankommen und für meine Selbstentwicklung und so weiter und so fort. Das ist ganz einfach. Dein Unterbewusstsein benutzt Bilder. Es verbindet bestimmte Gegenstände, bestimmte Tiere, bestimmte Personen mit bestimmten Gefühlen oder bestimmten Zuständen und es schreibt eine Art Theaterstück für dich. Das heißt, wenn du nachts zum Beispiel von deiner Mutter träumst, muss das gar nicht unbedingt bedeuten, dass es tatsächlich um deine Mutter geht, was dein Unterbewusstsein dir mitteilen will, sondern dein Unterbewusstsein hat einfach deine Mutter gewählt, so wie ein Regisseur einen Schauspieler für eine bestimmte Rolle in seinem Theaterstück wählen würde. Er wählt die Person aus, die in seiner Vorstellung das am besten verkörpert und ausstrahlt, was er möchte, was von dieser Rolle auf der Bühne vom Zuschauer dann auch wahrgenommen wird. Das heißt, in deinem Traum, wenn du deine Mutter siehst, geht es wahrscheinlich gar nicht um deine Mutter, sondern es geht vielmehr um etwas, was du mit Liebe und Wärme und Zuneigung und Harmlosigkeit assoziierst. Oder je nachdem, was deine Mutter in diesem Traum macht, dass dir genau diese Dinge in deinem Leben gerade fehlen. Tja, das Unterbewusstsein ist ziemlich kreativ. Deswegen benutzt es nicht nur Personen in deinen Träumen, um dir bestimmte Sachen zu vermitteln, Sondern auch Farben oder Zahlen oder Orte. Also alles, was Symbolkraft hat. Nun träumen manche Menschen ja wirklich viel. Und wenn du auch zu diesen Menschen gehörst und dich jetzt gerade fragst, wie viel Zeit du eigentlich mit Traumanalyse verbringen sollst, dann ist es natürlich so, das wissen wir alle, in Träumen werden auch Alltagserlebnisse verarbeitet und natürlich musst du nicht jeden Traum analysieren. Das Analysieren lohnt sich vor allem bei Träumen, an die du noch mehrere Tage denken musst, Träume, die besonders eindrucksvoll sind, Träume, die du noch über den ganzen Tag manchmal fühlen kannst, also wenn du was besonders Schönes oder was besonders Schlimmes geträumt hast und dir dieser Traum mittags quasi immer noch in den Knochen steckt, das sind die Träume, die besonders interessant für uns sind. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort irgendwas abgebildet hat aus dem Unterbewusstsein, aus deinem Unterbewusstsein, was an dir nagt oder was ganz, ganz wichtig für dich ist, die ist ziemlich hoch. Je eindrucksvoller der Traum, je beängstigender oder je schöner auch, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwas ganz Wichtiges ist, was du dir unbedingt nochmal angucken solltest. Mit freundlichen Grüßen von deinem Unterbewusstsein, sozusagen. Diese Folge wird vielleicht eine der wichtigsten, die ich bisher in diesem Podcast veröffentlicht habe. Traumdeutung ist unheimlich weitläufig. Du kannst Stunden und Tage und Monate und Jahre mit Traumdeutung verbringen. Denn genauso vielfältig wie die Welt ist, so vielfältig ist auch die Anzahl an Symbolen, die dein Unterbewusstsein wählen kann. Und wenn ich jetzt anfangen würde, dir einzelne Symbole zu erklären, dann hätte ich ein ziemlich schlechtes Gefühl nach Ausstrahlung dieser Folge, denn sie würde dem, was dein Unterbewusstsein so zustande bringt und was es dir alles sagen kann in deinen Träumen niemals gerecht werden. Deswegen habe ich auch so lange gewartet, diese Folge überhaupt aufzunehmen, weil ich ewig gegrübelt habe, wie oder was ich dir am besten an die Hand geben kann, damit du in Zukunft deine eigenen Träume schnell und gut verständlich interpretieren kannst. Und dazu kommt auch noch, dass Symbole zwar schon allgemein zugeordnet werden können, aber manchmal gibt es eben doch zwei oder drei Möglichkeiten, wofür ein Symbol jetzt genau stehen könnte und das hängt dann ganz oft damit zusammen, was sonst so in diesem Traum noch passiert ist. Und schon da wird es schwierig, eine Podcast-Folge zu machen mit stichhaltigen Symbolerklärungen, die nicht irgendwie eine Woche lang ist oder so. Deswegen habe ich gedacht, in dieser Folge werde ich dir einfach ein Werkzeug mit an die Hand geben, was ich regelmäßig benutze. Und zwar immer, wenn ich intensiv geträumt habe und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich mit diesem Traum vielleicht noch mal ein bisschen mehr beschäftigen sollte. Du wirst sehen, nach einer Weile wirst du ein gutes Gefühl dafür entwickeln, welche Träume beachtenswert sind und welche nicht. Und du wirst auch mehr und mehr ein Gefühl dafür entwickeln, wie Symbole einzuordnen sind. Hier ist meine Vorgehensweise. Du hast ja jetzt schon einige Folgen gehört über Tagesstrukturierung und so weiter und so fort. Und vielleicht bist du einer von den Hörern, die, genau wie ich, in aller Regel morgens nicht hektisch aus dem Haus rennen, sondern nach dem Aufstehen erstmal so ein halbes Stündchen bis Stündchen für sich nehmen, um zu sich zu kommen, um ihren Kaffee in Ruhe zu trinken, bevor sie das erste Mal ihre E-Mails checken oder eben sich auf dem Weg zur Arbeit machen. Wenn ich also morgens aufwache und ich hatte irgendeinen Traum, der mich besonders bewegt hat oder der aus irgendeinem anderen Grund für mich auffällig gewesen ist, dann gehe ich meinem Morgenprozedere nach und wenn ich dann mit meinem Tee sitze und ein paar Minuten Zeit habe, nehme ich mein Smartphone und gehe auf Google. Manchmal kann ich mich gar nicht mehr an den kompletten Traum erinnern, sondern nur an bestimmte Szenen oder bestimmte Dinge, die einfach sehr auffällig waren und ich fange dann nach und nach an die abzuarbeiten. Das sieht dann so aus. Angenommen, ich habe geträumt, dass ich meine Mutter aus einem brennenden Haus gerettet habe, in dem es besonders viel Rauch Entwicklung gab. Dann gehe ich also auf Google, gebe ein Traumdeutung und Mutter. So, Traumdeutung, Mutter, öffnen und dann kommt hier schon als erstes einer meiner Favoritenseiten, weil die sehr, sehr, Symbole wirklich schon aufgeschlüsselt haben und das ist traum-deutung.de Es gibt natürlich noch andere Seiten. Es gibt traum-deuter.ch es gibt träumen.org Traum-deutung.de ist halt einfach nur mein persönlicher Favorit. So, ich habe also eingegeben auf Google Traumdeutung und Mutter und wenn ich das jetzt hier anklicke auf traum-deutung.de dann komme ich auf einen Artikel, in dem mir zuerst ganz allgemein erklärt wird, was mit dem Symbol Mutter so verbunden wird. dann steht hier zum Beispiel die Mutter steht im Traum für Weiblichkeit und für Feminines. Sie beschützt und versorgt uns. Sie steht für tiefliegende Emotionen und Gefühle. Sie ist Lebensspenderin, Erziehungsberechtigte und das Familienmitglied, was uns am meisten prägt. Und dann wird es schon ein bisschen konkreter. Was hat die Mutter im Traum gemacht? War sie besonders kalt mir gegenüber? Oder ist sie vielleicht im wahren Leben schon tot und ist mir lebendig im Traum erschienen? Oder sehe ich sie im Traum vielleicht sterben? Oder, oder, oder? Da kann ich dann quasi schon mal rausfinden, in welche Richtung mein Unterbewusstsein mich schubsen will mit diesem Traum. So, und dann wird es konkreter. Dann geht es nämlich um das Traumsymbol Mutter in der psychologischen Deutung. Und mir wird schnell klar, dass mein Unterbewusstsein offensichtlich auf irgendetwas anspielen wollte, was mit Güte zu tun hat. Vor allem aber zeigt sich hier ziemlich schnell, dass mein Unterbewusstsein meine Mutter in diesem Traum benutzt hat, um einen Teil meiner eigenen Persönlichkeit darzustellen. Ja, und weiter unten gibt es dann immer nochmal zum Schluss die spirituelle Bedeutung. Also, falls du ein spiritueller Mensch bist und zu solchen Sachen einen Zugang hast oder einen Fable, dann gibt es eben auch dort noch diese dritte Deutungsmöglichkeit. So, ich habe das Beispiel mit der Mutter sehr bewusst genommen, weil die Mutter zwar einerseits für relativ eindeutige Sachen steht, auf der anderen Seite aber auch für sehr viele eindeutige Sachen. Wenn ich jetzt diesen Artikel durchgehe, dann gibt es bestimmte Sätze, bei denen ich merke, dass mein Bauchgefühl einfach darauf anspringt und zwar mehr als auf andere Sachen, die ja auch in diesem Text stehen. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator. Also dadurch, dass dein Unterbewusstsein diesen Traum ja sich selber ausgedacht hat, sozusagen, wirst du wahrscheinlich auch ziemlich schnell beim Lesen feststellen, dass du mit manchen Sachen, die in diesen Texten stehen, gar nichts anfangen Weise, dass dir plötzlich irgendwas einfällt, wie du dich letzte Woche gefühlt hast oder dass du eben vor zwei Wochen auch schon mal über irgendwas nachgedacht hast, was hier plötzlich in diesem Text als Symbolerklärung auftaucht und so weiter. Und dann bist du schon auf dem Weg, auf dem wir sein wollen, mit der Traumdeutung, nämlich ein bisschen besser zu ergründen, was in den Tiefen deiner Seele so vor sich geht und was dir vielleicht guttun würde, es zu verändern oder in dein Leben zu holen oder sowas. So, das gleiche, was ich jetzt mit dem Traumsymbol Mutter gemacht habe, das kann ich jetzt mit dem Traumsymbol brennendes Haus machen. Ich gehe wieder zurück auf Google, ich gebe wieder ein Traumdeutung brennendes Haus, gehe wieder auf Suche, gehe wieder auf traum-deutung.de und mache im Prinzip wieder das gleiche wie mit dem Symbol Mutter. Ich lese mir die allgemeine Deutung durch, ich lese die psychologische Deutung und stelle fest, dass ein brennendes Haus in unserer Traumwelt sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann und dass der Brand einerseits als vernichtendes andererseits auch als erneuerndes Zeichen zu verstehen ist. Es steht aber auch für Aggressionen, die der Träumende, also ich, nicht ausleben kann oder will und dass diese zerstörerisch sein können, wenn ich damit keinen rechten Umgang finde. Ich erfahre außerdem, was es bedeutet, in welchem Teil des Hauses in meinem Traum der Brand ausgebrochen ist. Wenn ich das Gefühl habe, okay, Aggression, Wut, das spricht mich irgendwie an, ich hatte letzte Woche einen Konflikt oder was auch immer, dann kann ich dort nochmal anders drauf schauen und weiß jetzt spätestens auch, dass ich das offensichtlich noch nicht ganz weggesteckt habe und dass ich das eben immer noch mit mir rumschleppe und mir vielleicht nochmal überlegen muss, wie ich diese Wut, die sich da offensichtlich angestaut hat, gut loswerden kann. Naja, und das kann man jetzt endlos fortsetzen. Also ich kann jetzt auch nochmal auf Google gehen, Traumdeutung und Rauch eingeben, meine Lieblingsseite anklicken und dann erfahre ich, dass zum Beispiel dich der Rauch als Traumsymbol auf eine unklare Lage hindeutet. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass ich eine Situation in meinem Leben aktuell nicht richtig durchschauen kann, dass ich mich also damit auch ein bisschen überfordert fühle und sollte der Rauch in meinem Traum Kopfschmerzen bereitet haben, ist dies in der Traumforschung ein Signal dafür, dass der Träumende unter seinen gegenwärtigen Lebensumständen leidet, was schließlich zu einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Gesundheit führen kann. Und jetzt überlege ich, naja, ich habe ja gerade eben schon festgestellt, dass ein brennendes Haus dafür stehen kann, dass ich Wut habe oder Aggressionen, die ich nicht abbauen konnte. Vielleicht ist mir dazu dann auch schon eine Situation von vor ein paar Tagen eingefallen, in der das der Fall war. Naja, und jetzt kann ich nochmal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sogar möglich wäre, dass ich unter diesem Konflikt leide, dass der mir tatsächlich auch auf die Gesundheit schlagen wird, wenn ich ihn nicht löse. Und so zeigt sich dann halt ein klareres Bild. Dann in Kombination mit der Mutter, dass ich vielleicht auch unbewusst den Wunsch habe, da ein bisschen gütiger ranzugehen oder dass ich mir wünsche, dass mein Konfliktpartner gütiger mit mir wäre oder wie auch immer. dieser Traum ist jetzt fiktiv, ich habe ihn mir ausgedacht. Was ich damit aufzeigen möchte, ist einfach, dass wenn man sich die Zeit nimmt und diese auffälligen Dinge aus den Träumen nach und nach nachschlägt, du kannst dir ja auch einen kleinen Notizblock zur Seite legen, wo du dir dann kurz die Bedeutungen notierst für die Symbole, die für dich stimmig gewesen sind, dass ich, wenn man eben diese Symbole nach und nach nachschlägt und deutet, dass ich dann schon ziemlich schnell auch ein ziemlich konkretes Bild ergeben kann von der Situation, die wir vielleicht gar nicht so sehen wollen oder eine Entscheidung, die wir uns nicht getraut haben zu treffen bisher und so weiter und so fort. Also je mehr Symbole du aus dem Traum rausnehmen kannst und du nachschlagen kannst, umso klarer wird auch werden, was dein Unterbewusstsein hat und worauf es dich unbedingt mit so eindrucksvollen Träumen noch mal hinweisen möchte. Traumdeutung ist eine Sache, in die man sich ein bisschen reinfuchsen muss, das geht aber relativ schnell. Der Grund, warum ich mich habe hinreißen lassen zu einer Folge, die im Vergleich zu den anderen Folgen ein bisschen weniger klar ist und ein bisschen weniger griffig sich anfühlt, zumindest für mich, während ich sie jetzt aufnehme, ist einfach, dass das ganz wichtig ist, wenn das Unterbewusstsein uns was mitzuteilen hat und dass gerade durch die Traumdeutung wir manchmal viel, viel, viel schneller in unseren Veränderungsprozessen und in unseren Entwicklungsprozessen sein können, weil wir einfach über Dinge stolpern, die uns in der Wachwelt verborgen geblieben sind. Das ist schlussendlich der einzige Grund, warum unser Unterbewusstsein solche Träume formt und sich diese Mühe macht, so ein ganzes Theaterstück über Nacht für uns zu schreiben quasi, weil es möchte, dass wir es ein bisschen einfacher haben, dass wir nicht ewig um den heißen Brei rumschleichen müssen, weil wir irgendwas die ganze Zeit im Wachzustand im Alltagsleben übersehen. Ich persönlich habe unglaublich oft die Erfahrung gemacht, dass Träume mich weitergebracht haben, insbesondere in Situationen oder auch in Konflikten, in denen es mir sehr schwer gefallen ist, da überhaupt einen Umgang oder einen Ansatzpunkt zu finden, wie ich damit jetzt weiter verfahren soll oder wie eine Lösung dafür aussehen könnte. Meine Erfahrung ist, dass es manche Kunden gibt, also meine Kunden, manche meiner Kunden, denen das unfassbar weiterhilft, die da quasi auch eine Affinität zu haben und für all diejenigen unter meinen Hörern, denen das genauso geht, ist diese Folge heute, denn das ist wirklich eins der stärksten Tools, die man so benutzen kann beim Thema Burnout und selbst erkennen, sich selbst erkennen und so weiter. Es gibt allerdings auch einige Menschen, die sagen, sie träumen nicht oder denen das ein bisschen zu aufwendig ist. Ich hoffe aber, dass ich dich inspirieren konnte, das zumindest auszuprobieren und und weil die Folge heute so anders gewesen ist, ist das Mantra der Woche von Khalil Gibran. Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters. Abschließend komme ich noch zu der Frage, ob Träume die Zukunft vorhersehen können. Natürlich nicht. Träume kommen nie von außen, sondern sind immer nur das Produkt der Fantasie deines Unterbewusstseins, welches einfach versucht, dein unterhaltsames Theaterstück mit einer Moral von der Geschichte zu produzieren. In etwa so wie in der folgenden Geschichte. Auf dem Sterbebett nimmt eine Frau ihrem Mann das Gelöbnis ab, sich nach ihrem Tod mit keiner anderen Frau mehr einzulassen. Wenn du dein Versprechen brichst, werde ich als Geist jede Nacht zurückkehren und dir keine Ruhe lassen. Doch einige Monate später verliebte sich der Mann. In der nächsten Nacht erschien ihm der Geist seiner Frau und beklagte sich bitter über seine Untreue. Und so ging es Nacht für Nacht. In seiner Verzweiflung wandte sich der Mann an einen Zen-Meister. Was macht sie so sicher, dass es sich um einen Geist handelt? Der Geist weiß nicht nur alles, was ich sage und tue, sondern auch alles, was ich denke und fühle. So, das muss ein sehr weiser Geist sein. Wenn er das nächste Mal erscheint, so schlagen sie ihm folgenden Handel vor. Sagen sie ihm, dass sie die Verbindung zu der Frau lösen werden, wenn der Geist ihnen eine bestimmte Frage beantworten kann. Was für eine Frage! Der Meister antwortete, hier hier habe ich eine Tüte voll Linsen. Öffnen sie die Tüte nicht und fragen sie heute nach den Geist ihrer Frau, wie viele Linsen in dieser Tüte sind. Als der Geist in der Nacht wieder erschien, sagte er sogleich, ich weiß, dass du heute bei diesem Zen-Meister warst. Ha, das wird dir nichts nützen. So? Dann weißt du ja über den Handel Bescheid. Sag mir, wie viele Linsen befinden sich in dieser Tüte. Und plötzlich war kein Geist mehr da, um die Frage zu beantworten. Am nächsten Tag bedankte sich der Mann bei dem Meister und bat um eine Erklärung. Der Meister lächelte. Ist es nicht seltsam, dass dein Geist nur das wusste, was auch du wusstest? In diesem Sinne schlaf gut und träum süß. Und wir beide hören uns wieder in 14 Tagen zu einer neuen Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen wird. Bis dahin viel Spaß beim Analysieren Deine Susi Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020